Wir schreiben heute Rechnungen mit Agrarmonitor. Dazu gehen wir unter Aufträge gruppiert, wählen uns hier unseren Kunden Prölemeyer Landwirtschaft aus und sehen jetzt, diese Aufträge wurden bereits kontrolliert. Das heißt, wir können die jetzt gesammelt anhaken, klicken unten auf Aktion wählen, neue Rechnung erstellen. Aus den beiden ausgewählten Aufträgen erstellt Agrarmonitor uns jetzt eine gemeinsame Rechnung. Wir schauen nochmal drüber und können dann eine Rechnungsnummer vergeben. Wir lassen uns die Rechnung als PDF einmal anzeigen. Könnten diese Rechnung jetzt ausdrucken, eintüten und zum Kunden schicken oder alternativ dazu können wir die Rechnung direkt aus Agrarmonitor per E-Mail an den Kunden versenden.